Hallihallo, Hallöchen, humanistische Grüße zu einem weiteren kleinen Video, heute mit dem Titel Anleitung zur Veränderung, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen sowas in die Richtung gemacht, Video findet ihr in der Infobox und ich will euch heute ein kleines Video, eine kleine Anleitung geben, wie ihr mit Problemen umgeht, was ihr tun könnt, wenn euch irgendwas auf die Nerven geht, quasi wie geht ihr um mit Themen, die euch beschäftigen, wie kommt ihr weg von diesem Negativen hin zu einem positiven, konstruktiven Ansatz, um wirklich etwas zu verändern. Darum soll es heute gehen, kleine Anleitung, let's go. Ja, ihr kennt das vielleicht, diese unendliche Schleife des Aufregens, zumindest fällt mir das immer bei allen möglichen Themen auf, egal ob auf kleiner oder großer Ebene, Leute regen sich über die Politik auf, über die Wirtschaft, über Korruption, über die Nachbarn, egal was, auf kleiner oder großer Ebene, aber es bleibt ganz, ganz oft einfach bei diesem Aufregen, bei diesem Negativen, bei diesem destruktiven Verhalten, die Energie wird nicht dafür eingesetzt, irgendwie was Konstruktives zu machen, sondern es wird einfach nur, die Energie wird verschwendet, sich aufzuregen und dann war es das und dann kommt wieder diese Schleife und dann, wenn der nächste Skandal kommt, regt man sich wieder auf und sagt, ja, die Politiker, die Eliten und so und davon möchte ich auf jeden Fall wegkommen, weg von diesen Sätzen, man müsste doch mal die anderen sollen, das bringt doch eh nichts, also vorher schon zu sagen, ja, was soll ich denn tun und zwar das Problem zu erkennen, aber ach ja, die anderen müssten und was soll ich denn machen, also schon vorher sich selber unbewusst zu sagen, egal was ich mache, das bringt doch nichts, ich kann doch eh nichts ändern. Dazu halt diese, ja, einfach nur Untätigkeit und Mentalität des Meckerns, aber nicht wirklich proaktiv etwas anzugehen und ja, somit endet man halt bei der sich selbst erfüllenden Prophezeiung im Sinne von, sei du die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt oder halt auch nicht und darum geht es heute als kleiner Hintergrund für euch. Ja, und was ich euch jetzt zeige, Schritt für Schritt, ist halt so ein kleines Schaubild, was ich mir überlegt habe, um vielleicht auch ein bisschen euch die Anleitung zu geben und die Komplexität ein Stück weit zu reduzieren, um Dinge verständlicher zu machen, darzustellen und euch so ein bisschen was an die Hand zu geben, wie ihr vielleicht mit der Herausforderung, dem Problem, dem Ziel, dem Thema umgehen könnt und ich habe das so eingeteilt in erstmal so vier Zeitachsen, also egal, ich habe ja eben schon gesagt, ne, kleines Problem, irgendwie der Radweg in deiner Stadt, wo du dich darüber aufregst, warum gibt es hier keinen bis hin zum Weltfrieden, das ist ja ein mega großes Spektrum und das ist die sogenannte halt Komplexitätsachse, habe ich es halt in dem Fall genannt, also die Zunahme der Bewältigung der Schwierigkeit des Anliegens, das ist ja ganz, ganz unterschiedlich, darüber hinaus gibt es natürlich immer noch persönliche Anliegen, aber halt auch Anliegen, die man ja nur mit anderen zusammen lösen kann, zum Beispiel der Weltfrieden, aber das, diese Abstufung einfach im Sinne eines, eine Achse für die Komplexität der Schwierigkeit. Dann habe ich auf der rechten Seite die Motivation, also wie sehr, wie hoch ist euer innerer Antrieb bei diesem Thema, etwas zu ändern, wie engagiert seid ihr, wie viel Einsatz bringt ihr und wie viel, ja, welche Ressourcen habt ihr auch zur Verfügung und wie viel davon wollt ihr auch einsetzen? Ein ganz klassisches Beispiel, natürlich, wenn ihr relativ viel verdient, könnt ihr natürlich sagen, okay, ich spende, weiß nicht, 50% für irgendeine gute Sache, um halt genau an irgendeinem Problem, an irgendeinem, äh, an dem Problem etwas, etwas zu ändern. Auf der linken Seite die Zeitachse im Sinne von, wie lange bleibst du an einem Thema dran, wie lange beschäftigst du dich mit einem Thema? Also, weil je komplexer das Thema ist, umso länger wird es wahrscheinlich dauern, bis man überhaupt eine Änderung merkt, eine Änderung überhaupt messen kann und eine Veränderung in Erscheinung tritt. Und je einfacher, umso weniger Zeit wird es natürlich dauern. Also, die Zeitachse spielt auch eine Rolle und oben natürlich immer noch die, ein Stück weit habe ich es schon angedeutet, eben die Möglichkeiten eures Handelns und wo sind auch die Grenzen, wo seid ihr zwangsläufig auf andere Personen bei der Umsetzung des Problems angewiesen. Das ist ja beim Weltfrieden so, aber das ist natürlich auch noch bei dem Ratweg in deiner Stadt so, weil da gibt es Gesetze, da gibt es einen Stadtrat, ähm, da gibt es ein Parlament, Behörden, die sich natürlich darum kümmern müssen. Also, das so erstmal der grobe Rahmen zu deinem Thema, deinem Anliegen und der Herausforderung, die dich umtreibt. Ja, nun hast du neben dem Anliegen an sich, ähm, musst du dir erstmal die Frage stellen, wie wichtig ist dir das Thema? Willst du dich wirklich nur einmal die Woche darüber aufdringen oder treibt es dich wirklich so um, dass es dich so beschäftigt, dass du wirklich jetzt aktiv wirst? Denn meine These ist, Leute, es meckern zwar viele Leute, aber es reicht einfach nicht, dass sie wirklich ins Tun kommen. Also, stell dir wirklich die Frage, wie wichtig ist dir das Thema und, ähm, willst du dich einfach nur weiter darüber aufregen? Also, Energie da rein investieren, um dich über etwas zu beschweren, aber nichts zu tun oder halt eben nicht und wirst du selber proaktiv? Also, wie hoch ist der Handlungsdruck? Und daneben natürlich die Frage, welche Ressourcen stehen dir zur Verfügung? Nicht nur materielle, also Geld, Zeit, ähm, irgendwelche, weiß ich nicht, anderen Ressourcen, aber auch immaterielle, wie Bildung, ähm, ja, einfach das Wissen, das du zur Verfügung hast, vielleicht auch irgendwelche, ähm, Tools, die du schon kennst, irgendwelche Fähigkeiten, Fertigkeiten, um wirklich auch, welche Skills, ja, welche Skills hast du, um, ähm, ähm, stehen dir zur Verfügung, um überhaupt ansatzweise an dem Thema was zu verändern. Dann kannst du versuchen, dass das Thema, ähm, oder das Ziel, was du, wie die Veränderung aussehen soll, kannst du versuchen, zu, zu definieren, also greifbarer zu machen, äh, anschaulicher zu gestalten. Es bietet sich dazu auf jeden Fall an, wenn du dir ein fettes Whiteboard holst zu Hause und irgendwann an die Wand klatscht und das einfach mal so visuell vor dir hast, ne, also versuch das Ziel greifbarer zu machen. Ganz, ganz oft ist es ja gerade bei hohen, komplexen Themen, die einen umtreiben, wie Weltfriedenkrieg, Armut, etc., pp., ist es oft, dass man so an so einer Unmacht scheitert und sich dann denkt, ja gut, okay, es ist halt einfach so, ich kann nichts daran ändern, ne, also wirklich zu überlegen, dir das Ziel zu, das Ziel zu definieren und greifbarer zu machen und es zu zerlegen in, in Teilziele, in Unterschritte, in, wer sind die relevanten Akteure, zum Beispiel bei dem, ähm, Radweg, der Stadtrat, ne, wie könnten mögliche Schritte aussehen, aber wie, wie sieht denn auch eine Gesetzeslage aus oder warum ist das denn, oder hat das die Politik vielleicht schon auf dem Schirm, diesen Radweg und es scheitert an irgendwelchen anderen Sachen. Also wie sind die Zusammenhänge, wie sind die Fakten, wie ist, wie ist, also bau auf jeden Fall ein Know-how auf für dieses Thema, ähm, mit dem du dich beschäftigen willst und was du verändern willst. Hinzu kommt diese drei Sachen zusammen gedacht, natürlich der konkrete Plan, dein konkretes Konzept mit den jeweiligen Schritten, Meilensteinen, verschiedenen Akteuren, ähm, also du versuchst, das Problem nicht nur auf einer gedanklichen Ebene zu erfassen, also vorher hast du dich aufgeregt, dann versuchst du dich damit zu beschäftigen, es auf einer gedanklichen Ebene in die Facetten zu zerlegen und dir dann wirklich einen konkreten Plan zu erarbeiten, wie könnte der Weg zu einer Veränderung aussehen, wie kommst du dahin, um dein Ziel zu erreichen. Nun weiß ich auch, dass jeder unterschiedliche Möglichkeiten hat, jeder hat unterschiedliche Ressourcen, Zeit, Geld, Know-how zur Verfügung. Diese musst du natürlich erstmal irgendwie für dich greifbar machen und aufschlüsseln, also welche Skills hast du zur Verfügung, um dann erstmal auf dem, ich habe es Level genannt, in dem Fall auf dem ersten Level, dir zu überlegen, okay, was kann ich auf der persönlichen Ebene tun, um eine Veränderung zu erreichen. Ich kann mit Leuten sprechen, ich kann Leute vielleicht darüber aufklären, hey, seht ihr das mit dem Radweg ähnlich? Ich kann mein eigenes individuelles Leben mir anschauen und gucken, trägt mein Leben zu einer Veränderung eher bei oder eher nicht bei? Und was kann ich bei mir, wo kann ich bei mir erstmal anfangen, um etwas zu erreichen? Also ganz abstrakt natürlich immer erstmal im Rahmen, oben, Möglichkeiten und Grenzen des Handels, alles natürlich hinter diesem Rahmen gesehen, was kann ich in meinem persönlichen Umfeld tun, um zu einer Veränderung beizutragen. Also das ist ja, das ist der allerallereinfachste Schritt, wenn wir bei dem Radweg bleiben, kann ich mir die E-Mail-Adressen raussuchen von allen Abgeordneten im Stadtrat und kann die ganz konkret zu diesem einen Thema anschreiben, um erstmal überhaupt ein Feedback zu bekommen, was ist da los? Also wirklich auf persönlicher Ebene, was kannst du tun? In der zweiten Ebene geht es schon einen Schritt weiter, ist natürlich auch schon wieder mit ein Stück weit mehr Engagement, mehr Aufwand verbunden, mehr Einsatz von Ressourcen, von Zeit in dem Fall, die persönliche Ebene zu erweitern und ja die Frage zu stellen, okay, näheres Umfeld, sehen das vielleicht Leute ähnlich, kann ich Unterstützer in der Familie finden? Wer ist vielleicht auch in der Familie bereit zu sagen, okay, ich helfe dir bei deinem Plan, den auszuarbeiten, ich schreibe auch mal ein paar E-Mails, ich gehe mal zu dem Abgeordneten hin, ich spreche mal mit der Stadtverwaltung. Also das sind erstmal die noch relativ einfachen Ebenen, um ein Stück weit an der Sache zu versuchen, etwas zu ändern und diesen Weg zu beschreiten. Natürlich ist es gemeinsamer immer einfacher, als wenn du alleine bist. Neben deinem persönlichen Ding und dem näheren Umfeld, zum Beispiel die Familie, kannst du dir natürlich auch ein Netzwerk aufbauen. Du kannst dein Umfeld, bleiben wir mal bei dem Radweg in der Stadt, erweitern und gucken, okay, gibt es denn da schon andere Menschen, die ich für das Thema gewinnen kann oder die vielleicht sich auch schon mit dem Thema beschäftigt haben. Also kann ich mir wirklich ein Netzwerk aufbauen, kann ich dieses auch ausbauen und die Unterstützerinnen und Unterstützer erweitern, die genau die Sache so ähnlich sehen wie ich, um natürlich einen gewissen Handlungsdruck auch zu erzeugen, im Sinne von, hey, hier ist nicht nur eine Person, hier sind mehrere Personen, die das genauso sehen. Also das ist schon das nächste Level, 3 und 4, also wirklich dann 4 ist schon nochmal ein Schritt weiter gedacht, im Sinne von Strukturen schaffen oder eine Plattform gründen, eine Initiative gründen, einen Verein gründen, die sich genau mit diesem Anliegen für, nennen wir es, sichere Radwege in deiner Stadt beschäftigt. Und darüber über diese Strukturen, was natürlich auch wieder einen rechtlichen Rahmen bedeutet, eine Plattform zu gründen, die sich nicht nur mit der Idee an sich, wie könnte es besser laufen, aber auch fachlich damit auseinandersetzt und auch ein Stück weit natürlich dann eine Lobby darstellt und die Druck aufbaut auf bestimmte Menschen, auf Politiker, die entscheiden, auf Akteure, die bei diesem Thema einfach relevant sind. Je nach Komplexität des Anliegens der Sache, der Herausforderung, des Problems, kommt man natürlich, je höher man geht, je komplexer das Ganze ist, auf eine gesellschaftspolitische Ebene. Wenn wir bei dem Weltfrieden sind, da sind das, da gibt es natürlich auch Parteien, die haben das in ihren Wahlprogrammen drin, aber wir haben ja immer noch keinen Weltfrieden. Das heißt, es wird komplexer und komplexer. Und du kannst natürlich, wenn du auf einer lokalen Ebene guckst und da schon mal Strukturen geschaffen hast, dann natürlich auch gucken, okay, wie kann ich das Anliegen noch weiter nach vorne bringen, überregional, landesweit und in dem Fall dann natürlich auch bundesweit. Und irgendwann, also fünf und sechs ist dann halt schon krasses Commitment, wird es dann natürlich sehr gesellschaftspolitisch, gerade wenn es auch, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, keine Atomwaffen mehr in Deutschland, dann ist das ein legitimes Anliegen, aber du musst sehr, sehr viele Menschen hinter dir versammeln, um politischen Druck aufzubauen, damit sich da was ändert. Und es ist alles natürlich nicht so einfach und wird wahrscheinlich sehr lange dauern. Also ab einem bestimmten Punkt kommt dein kleines Anliegen auf eine gesellschaftspolitische Ebene, wo du auch sehr, sehr viele Menschen und Personen und natürlich auch auf Strukturen angewiesen bist. Und dann im letzten Schritt, dass du dein Anliegen, deine intrinsische Motivation, die dich umtreibt, wirklich eine Veränderung herbeizuführen, wirklich, dass es eine Berufung wird, dass du dir es zur Lebensaufgabe machst, dich damit zu beschäftigen. Das ist jetzt beim Radweg natürlich, muss es keine Lebensaufgabe sein, wobei, ich weiß nicht, vielleicht ist es in der einen oder anderen Stadt auch so, dass es zur Lebensaufgabe werden kann. Man kennt ja die Verwaltung. Aber ihr wisst, was ich meine. Es wird ab einem gewissen Punkt einfach, könnt ihr euch fragen, okay, kann ich vielleicht meinen derzeitigen Job, Ressourcen, ihr müsst arbeiten gehen, habt vielleicht nicht so viel Zeit, kann ich das umwandeln und kann ich in die Richtung gehen, okay, mich treibt es so um, mich beschäftigt dieses Thema Weltfrieden so sehr oder Klimawandel oder Rüstungsexporte, dass ich mein Engagement, mein Fachwissen, meine Skills, die ich mir über eine gewisse Zeit ehrenamtlich erarbeitet habe, wirklich zu einem Beruf machen kann, wo ich mich nur noch damit beschäftige, um auf lange Sicht etwas zu erreichen. Und wenn man bei dem Thema Weltfrieden bleibt, dann kommt man natürlich ganz, ganz schnell auf eine ganz große Ebene und auf eine globale, internationale Ebene, wo es natürlich noch mal komplexer ist, wo ihr gar nicht umhinkommt, auch Englisch sprechen zu müssen, um natürlich noch mehr Menschen für dieses Thema zu gewinnen. Ja, neben dem erstmal grundlegenden Konzept noch mal ein paar weitere Tipps. Also visualisier das Thema, dein Ziel, dass du nicht die Motivation verlierst, dass du immer das auch vor dir hast. Versuch wirklich einen konkreten Zeitplan, einen Wochenplan für dich zu erarbeiten, wo du dich mit dieser Sache beschäftigst, Zeitslots zur Verfügung zu stellen, wo du dich nur mit diesem Thema beschäftigst, also wirklich dem Thema auch Raum zu geben und dann Schritt für Schritt zu sehen, okay, letzte Woche habe ich das gemacht, vorletzte Woche habe ich das gemacht, daraus hat sich das und das ergeben, also so einen gewissen Progress einfach siehst. Konzentriere dich also darauf, auf das, was du geschafft hast und nicht darauf, was noch vor dir liegt. Also das ist auch so ein bisschen Psychologie, so Motivation. Du kannst dich dadurch einfach besser motivieren, wenn du das visuell vor dir hast und auch siehst, okay, diesen Weg bin ich schon gegangen und das habe ich natürlich auch erreicht. Weiterhin kannst du anderen Menschen immer davon erzählen. Du baust damit so ein bisschen indirekt Druck auf dich auf, also du überlistest dich ein bisschen selber, indem du dir dann sagst, okay, jetzt habe ich schon der und der und der Person erzählt, jetzt muss ich auch wirklich mal in die Pötte kommen und nicht nur immer rumlabern, sondern wirklich auch mal konkret versuchen, an der Sache zumindestens es zu versuchen. Das heißt ja nicht, dass es klappt, aber zumindestens zu versuchen, etwas zu verändern. Ja, versuch dein Thema, deinen Weg dahin natürlich auch mit positiven Dingen zu besetzen und dich nicht in dem negativen, in den, vielleicht werden dir Steine in den Weg gelegt, darauf so zu fokussieren. Also dieses positive Framing in dem Prozess, sich darauf auch ein Stück weit zu fokussieren, zu konzentrieren, das zu visualisieren und immer wieder abzugleichen, um einfach, ja, so Meilensteine zu haben und zu sehen, okay, es ist zwar ein großes Thema, aber ich kann trotzdem, auch wenn es kleine Schritte sind, etwas bewegen. Ja, und zuletzt natürlich, setz dir immer smarte Ziele, also spezifische Ziele, die müssen messbar sein, akzeptiert sein, also die müssen auch, wenn du alleine bist, ist es natürlich einfach, aber sobald du irgendwie eine Struktur hast, ein Netzwerk hast, auch von der Mehrheit akzeptiert sein, messbar sein, die müssen terminiert sein, also alles so ein bisschen, da kommt so ein bisschen dieses Planerische wieder raus, dass du dir dein Konzept nimmst, dein Ziel, deine Vision, das wirklich durchdeklinierst in Ziele, Teilziele, in verschiedene Arbeitsbereiche. Je komplexer es wird, umso mehr Arbeitsbereiche hast du natürlich auch. Ja, sei selber natürlich auch das Vorbild und versuch im Rahmen deiner Möglichkeit auch etwas zu verändern. Es ist natürlich nicht authentisch, wenn du für Weltfrieden bist, aber dann irgendwo an Aktien hast, an bei Heckler und Koch, so ist halt nicht so authentisch und glaubwürdig. Sei positiv anderen gegenüber, also versuch nicht irgendwie andere zu missionieren, sondern versuch sie durch Argumente, durch ein positives Vorleben, durch deine Idee zu überzeugen, durch deine Motivation, denn Menschen sind einfach, sobald die merken, jemand will mich irgendwie, ja, in meiner Meinung einschränken, der will mir irgendwie was erzählen, was ich tun soll, gehen die sehr schnell auf Distanz und es wird nicht konstruktiv. Also versuch eher, ja, Menschen sind eher dazu geneigt, wenn sie jemanden haben, der irgendwie eine Vision hat. Wenn die spüren, da ist jemand, der ist authentisch, der will etwas in die Sache, dann sind die auch eher dazu bereit, sich das mal anzugucken und zu überlegen und zu sagen, okay, da mache ich vielleicht mit. Ja, reflektier dich selber, schau dir immer wieder den Prozess an, den Weg, den du schon gegangen bist, dein Handeln hinterfrage, dein Konzept, deine Instrumente, die du nutzt, deine Strukturen und stell dir auch in regelmäßigen Abständen die Frage, ist es noch das Richtige? Haben die Mittel bis jetzt auch was gebracht oder muss ich vielleicht irgendwo eine Veränderung machen? Also dieses Prinzip, gerade bei komplexeren Themen, auch Trial and Error, also wirklich den Misserfolg, dieses Scheitern oder Nichtgelingen, nicht als negativ zu assoziieren, sondern wirklich zu sagen, okay, das gehört einfach dazu, denn ich kann daraus lernen, diese Fehlerkultur einfach als etwas Positives zu sehen und als Motivation zu sehen, zu sagen, okay, jetzt habe ich hier irgendwie eine Ablehnung bekommen, jetzt versuche ich es erst recht weiter und versuche und schöpfe daraus meine Motivation, um wirklich was in der Sache zu erreichen. Kurzum, Kontinuität, Ausdauer, das Netzwerk, die Gemeinschaft, also je höher Komplexität, umso mehr Menschen musst du überzeugen von deiner Idee und versuche auf jeden Fall ein positives Mindset zu haben, dann schaffst du es auf jeden Fall, was in der Sache zu erreichen. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Fragen, Kommentare gerne unter das Video und schreibt mir doch, vielleicht auch mal, wenn ihr das versucht habt, nach dem Konzept, nach meinen Überlegungen, welches Thema euch umtreibt, wo ihr was ändern wollt, würde mich mega interessieren. Humanistische Grüße und bis bald. Es tut mir ν es tut mir ja ,